Daniel. Ja? Ja, warst dabei und du weißt dann, was da abgelaufen ist so. Was denn da abgelaufen? Ja, du warst mit der kleinen Schläger und wo dich dazwischengestellt hast und so, Mann. Wie dazwischengestellt? Ja, du hast da dazwischengestellt. Warte mal kurz. So, wie dazwischengestellt? Ja, du warst da dabei, wo wir uns geprügelt, also wo wir uns mit dem prügeln wollten. Wie prügeln? Weil ich prügeln, Mann. Ja? Ja. Ja. Hast du dich dazwischengestellt? Ja. Ja. So. Ja und? Hast du mir die Nase gebrochen, Mann. Ja und? Anderthalb Monate versuch deine Nummer rauszufinden. Hast du? Wie hast du? Hä? Ich hab anderthalb Monate versuch deine Nummer rauszufinden. Ja. Jetzt hab ich deine Nummer. Ja und? Ja und ich will es mit dir regeln. Was willst du denn mit mir regeln? Ja wie, was willst du mit dir regeln? Wir regeln das. Ich und du. Du und ich? Ja, du warst da dabei. Nein. Der Esel nennt sich immer zuerst. Du musst sagen, du und ich, nicht ich und du. Weil das wär frech, verstehst du? Du warst doch dabei im Cheyenne Club oder nicht? Ja war ich? Ja. Und Mammut? Mammut ist doch, das ist doch gar kein Name. Das war doch früher mal so ein Tier oder nicht? Mammut, Mann. Mammut, Mammut. Okay. Ja und du? Ja und du warst doch dabei. Ja und dann hab ich dir die Nase gebrochen. Oder oder nicht? Ja ich weiß das, kann mich daran erinnern. Ja. 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 Und das regeln wir jetzt. Ja. Du hast mir damals die Nase gebrochen. Okay. Mamm jetzt. Ich dachte, die wären nur angebrochen, aber dass die gebrochen war, das hätt ich nicht gedacht. Angebrochen, Mann. Okay. Und das regeln wir jetzt. Ja ja, können wir ja regeln. Wie wollen wir das? Wollen wir uns am Telefon jetzt dissen oder? Nee, Mann. Nee, 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 nee. Mit sowas geb ich mich nicht ab. Oder willst du dich noch mal mit mir treffen, damit wir das Bein brechen? Hä? Was lachst du nur doof, Mann. Ja, ich nur so. Hä? Ja, nur so. Ja wie nur so, Mann. Du hast mir damit die Nase gebrochen, dafür wirst du bezahlen. Ja. So, wir treffen uns jetzt direkt. Nee, nee, ich kann jetzt nicht. Wie, du kannst jetzt nicht? Nee, ich kann nicht. Wie? Ja, ich mach grad was Wichtigeres. Weißt du? Wann hast du Zeit, Mann? Wann hast du Zeit? Ich? Ja. Aber ich bin heute wieder in der Disco. Wann? Hä? Wann? Später. Wo? Hä? Wo? Im Club. Wann? Ja, um 12 so. Um 12? Ja. Wenn du nicht da bist? Pass auf, pass auf, du nimmst eine rote Rose in die Hand und dann weiß ich wer du bist, okay? Hör auf mich zu verarschen, Mann. Ich verarsch dich nicht. Hör auf mich zu verarschen. Pass auf, du nimmst eine rote Rose in die Hand und pass auf, und ich hab ne blaue Rose, okay? Na, verarsch mich nicht. Doch, doch. Und dann wissen wir gleich zu wem wir gehören, okay? Und dann setzen wir uns zusammen am Tisch, mach ich die Kerzen an, gehen wir ins Bistro, okay? Ich verarsch mich nicht, Mann. Ich verarsch dich nicht, Digga. Ey, hör mir zu, wir regeln das heute, Mann. Hä? Und wir regeln das heute, das ist klar. Jaja, wir können das ja regeln. Ja. Mhm. Du kommst alleine. Ja, ich komm alleine. Ja. Und was mit meinen Freunden? Hä? Und was mit meinen Freunden? Wie, was mit deinen Freunden? Ja, wenn die da Zug müssen, sollen die Zug, ich muss ja mit denen unterwegs und vorher was trinken. Was? Ich muss doch vorher was mit denen trinken. Mann. Was? Wir regeln das alleine. Warte mal, da will jemand dich sprechen. Darf ich die mal weitergeben? Hä? Darf ich die mal kurz weitergeben? Ja. Ja. Mein großer Bruder. Mhm. Aber ey, sein Akzent ist ein bisschen komisch, ja? Kleinen Moment. Hallo? Ey, wer bist'n du, Mann? Ich bin der Peter. Wie der Peter, Mann? Ja. Auf mich zu verarschen, Mann. Wer ist denn da? Ich werd sauer. Wer ist denn da? Als Mann. Ey, warte mal, ich bin der große Bruder, du weißt genau, ich hab mehr Kraft als meine kleine Bruder. Wie ist der Mammut, Mann? Ja, du bist der Mammut. Ja. Okay, Mammut. Ja. Ich mag dir jetzt Mammut, ja? Ne? Warte auf. Du kannst ja nicht, meine, meine, äh, meine, mein Bruder hat dir schon die Nase kaputt gemacht, ne? Ja, Mann. Kannst du auch mit wem ich euch anleg? Nein, warte, weißt du das noch? Auch mit wem ich euch anleg, Mann. Weißt du das noch? Mafia. Er hat dir die Nase doch kaputt gemacht. Und jetzt willst du schon wieder Fresse kriegen? Ich bin Mafia. Du bist, ja, ja, ich hab gesehen. Ich bin Mafia, Mann. Ja, ja, Mafia brauchst einen Monat eine Nummer rauszukriegen, so wie du, oder was? Mann. Ich bin Mafia. Du hörte mir zu, ja? Ich bin Mafia, Mann. Du bist ja Mafia, ja? Ja, hörst du mir zu. Zu welcher Mafia gehörst du denn? Wie zu welcher Mafia gehörst du denn? Gehörst du zu Fidschi Mafia? Die Fidschi Mafia, Mann. Ja, oder was? Elson Mafia. Welche? El, El, Elson Mafia. Elson? Oh, das ist hier ganz in der Nähe. Ja. Willst du mir dann in die Fresse hauen? Ja, pass auf. Ja, aber pass auf, du hast doch schon die Nase kaputt gehabt. Sag's dir im Guten, Mann. Aber du hast doch die Nase kaputt gehabt. Warum willst du schon wieder schnauze? Lass mir zu, Mann. Du, ich hör dir zu. Guck mal, aber schlagen ist keine Lösung. Ey, pass auf, Mann. Geh mal an den Bruder her. Mein Bruder? Geh mal an den Bruder. Ja, ich bin noch dran. Wie, du bist dran, Mann. Ja, ich bin noch jetzt wieder dran. Ey, pass auf, ich sag's dir im Guten. Du kommst jetzt, oder? Jetzt sofort? Wohin soll ich denn kommen? Ey, weißt du, wo du mit Indischer anlegst, Mann? Mit dem Mammut? Ja. Ja, bist du auch so groß wie ein Mammut? Das ist Hamburg, Mann. Mafia. Ist der Mafia? Mafia, Mann. Oh, das ist schön. Ich habe auch eine indische Mafia. Du hast eine indische? Weißt du, wir fahren nicht in dicke Limousine, wir reiten auf Kamele. Wenn wir Stress haben mit Kalaschnikow und Torban. Ich komm mit meinem ganzen Türken-Mafia, Mann. Oh Gott. Zeltzug. Ja, Zeltzug ist da mein Kollege von meinem Bruder. Zeltzug ist gar nicht dein Kollege, Mann. Noch, der ist da mein Kollege. Ja. Kennst du Baris noch? Baris? Ja. Und ich kenn da alle. Memes. Ich kenn alle. Ja, du kennst. Ich kenn Wasserhahn. Ja, du kennst. Wir hauen dir die Fresse. Auerhahn. Ist das klar? Ja, ja. Ja, ja, Mann. Ja, okay, wir treffen uns nachher und ich brech dir nicht die Nase, dann brech dir beide Beine, okay? Ja. Und dann kannst du wieder drei Jahre versuchen, meine Nummer rauszukriegen, okay? Ist das klar? Ist das klar? Ja, ist Fräulein. Wir können uns auch hier ganz anders unterhalten, mein Freund. Ja, hör mal. Ey, du kriegst die Jacke voll sowieso wieder, okay? Was ist denn los? Mit deiner Mafia und dir. Du hast doch bestimmt irgendeine Rosen-Mafia oder so. Wissen, du weißt ja gar nicht, mit wem du schon anlegst. Ne, ne, weiß ich auch nicht. Will ich auch gar nicht wissen. Also du Penner. Ja, ja, ist doch gut dann, ne? Nur ein guter Mann. Ja, ich weiß das auch. Ich sag das auch ein guter Mann. Komm Junge. Hä? Ich schau dir so einen aufs Mal, Junge. Ja, geil. Und wie machst du das? Sag mal mit deinem Traum. Sag mal mit deinem Traum. Sag mal Einzelheiten. 200 Kilo Kampfgewicht auch nix mehr machen. Ja, sag mal Einzelheiten. Wie was Einzelheiten, Mann? Ja, Einzelheiten. Ich brauch keine Einzelheiten. Ich komm rein, ich trete. Sag mal, willst du erst mit der Faust oder erst treten? Was? Gleichmesser oder Pistole? Was willst du, Mann? Hä? Was willst du, Mann? Ja, sag doch mal. Sag mal. Hä? Ich knall dich sofort ab. Okay, Digga. Dann treffen wir uns heute Abend, ja? Ja, wann denn? Äh, wir treffen uns um zwölf, ähm, im Puff Piano, okay? Was Puff Piano, Mann? Ja, Nachbar. Komm, Schein. Dann werden wir das ausbumsen gegenseitig, okay? Komm, süssens, klar. Ja. Okay. Ich komm denn dahin um zwölf, zwölf vor der Tür, okay? Digga, deutsche Sachen. Na, verlachen. Und bring deine Mutti mit, ja? Hä? Was? Pass auf. Was? Sowas darfst du nicht sagen. Hä? Das ist sowas darfst du nicht sagen. Ne, wieso? Okay. Und deine Mutter ist doch ne kleine Bitch, Mann. Hä? Was? Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, deine Mutter... Was? Bitch, Alter. Was? Komm, Mann, Mann, Mann. Ja, okay, ist gut. Hau rein, denn tschüss, ne? Mach Mut und tschüss, Mut und grüß mal Tyrannosaurus Rex von mir. Tschüss. Ey, hör mal zu den Penner. Ja, sag. Deine Mutter... Ja, du hast meine Mutter auch ganz viel angetan und so. Und sie ist ja auch sehr dankbar dafür, okay? Nein, nein. Hau rein, ja? Nein, nein. Aber ich sag nur, wäre der Hund nicht schneller gewesen, dann weiß ja Bescheid, was dann gewesen wäre. Dann wäre ich dein Vater. So, okay, mach's gut dann, ne? Hör mal zu. Ja, ich muss jetzt auflegen, Digga. Ich kann nicht so viel telefonieren. Meine Telefonrechnung. Ey, das geht's kaputt, du Penner. Aber meine Telefonrechnung. Verte Sau. Aber meine Telefonrechnung. Sau. Oh, tschüss denn, ne? Wie, tschüss denn? Ja, tschüss. Ey, du Penner. Tschüss. Zu, hör zu, Mann. Ja, pass auf, hör mal zu. Hör du mir mal zu, ja? Dann, warte. Ich kann nicht so viel telefonieren, meine Telefonrechnung ist zu hoch. Deine Telefonrechnung ist zu hoch. Pisser, ich hab dich angerufen, Mann. Ja, deswegen ja. Gut. Tschüss. Okay. Hau rein. Ey, du Penner, Mann. Ey, ein Moment. Ey, sag mir erst mal, wo die Kette ist. Was für eine Kette, Mann? Mit der ich dich durch den Dreck gezogen hab. Ich zieh dir gleich deine Mutte. Hahaha. Okay, nein. Warte, ey. Weißt du, wo der Panzer ist? Hm? Weißt du, wo der Panzer ist? Ich will Panzer, aber. Mit der ich über deine Fresse gefahren bin. So, ja, zau rein, Mann. Du bist so doof, Mann. Du musst ein bisschen überlegen. Tschüss! Ach, tschüss, Mann. Ja, tschüss. Ich komm dann. Ich hau dir so einer aufs Maul auf keiner. Ich tritt der in die Fälle. Ja. Ja.